Was kann ich für dich tun? Wie komme ich zur Bellbird Valley Farm? Die gehört jetzt mir. Aus den USA, oder? Da steckt sich eine faszinierende Geschichte dahinter. Ich habe gerade meinen Job und meinen Freund in San Francisco verloren. Und dann kam Gewinne ein Gästehaus. Sie haben ein Gästehaus gewonnen in Neuseeland. 13 Stunden Flug nach Auckland und drei Busfahrten später. Tut mir leid. Ich komme natürlich für alle Schäden auf. Also das hier hat eine fette Beule in meinen Jut gemacht. Dieses Gästehaus gehört ganz offiziell mir. Glaub nie, dass irgendwas aus dem Internet der Wirklichkeit entspricht. Haben Sie einen Geist gesehen? Ziege. Gilbert. Gewiefter kleiner Kerl. Kennen Sie jemanden in der Stadt, der Renovierungen macht? Jake Taylor. Haben Sie seine Nummer? Jake, wie ist deine Telefonnummer? Wer fragt danach? Sie. Gar nicht wahr. Warum wollen Sie meine Nummer? Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Eine echte Schönheit. Ich kann Ihnen helfen, den alten Glanz wiederherzustellen. Echt jetzt? Siehst du, kaputt. Was willst du mit diesen alten Häusern? Ich hatte schon immer Spaß am Bauen. Ich habe dadurch nicht mehr so das Gefühl von... Gefühl von Leere. Ich habe das Gefühl, Beachwood Downs begehrteste Junggeselle hat etwas für dich übrig. Ein schöner Anblick. Ein wunderschöner. Wow. Hey, Chad. Yes, rate mal, was los ist. Hilton hat vielleicht einen Job für dich. Mein echtes Leben ist in San Francisco. Ah, echtes Leben. Mir scheint es, als hättest du ihr nicht gesagt, was du für sie empfindest. Das Universum scheint seine eigenen Pläne für uns zu haben. Ich stelle mir ein Ende wie ein Märchen vor. Ich dachte, wir wären Freunde.